Seit Tagen sind die Wirtschaftsseiten voll mit dem Abgasskandal des Volkswagen-Konzerns. Softwareingenieure von VW hatten bei Dieselmotoren ein zusätzliches Programm eingebaut und dadurch die Abgaswerte manipuliert. Was genau sind die Hintergründe, dass ein Weltkonzern wie VW Tricks anwendete, um die Umweltschutzbehörden zu täuschen und dadurch den guten Ruf des Konzerns aufs Spiel setzte? Warum flog das Ganze gerade jetzt auf? Diesen Fragen wollen wir in den kommenden paar Minuten nachgehen. Zuerst gehen wir in die USA. Dort dominieren einheimische Automarken wie General Motors, Ford, Chrysler und einige andere den amerikanischen Automarkt. Die großen, in der ganzen Welt bekannten Automarken wie Toyota, weltweit die Nummer 1 oder der VW-Konzern bieten zwar sparsame Modelle an, konnten in den USA aber nur schwer Marktanteile gewinnen. Denn dort ist das benzinbetriebene Auto mit großem Durst Standard. Dieselbetriebene Personenkraftwagen existieren praktisch nicht. Der Dieselmotor hat aus physikalischen Gründen einen höheren Wirkungsgrad als der benzinbetriebene. Das heißt, er braucht weniger Kraftstoff für die gleiche Leistung bzw. die gefahrenen Kilometer. Dafür ist die Herstellung eines Dieselmotors aufwendiger und teurer als die eines gleich starken Benzinmotors. Dieser Mehraufwand macht sich aber wegen der längeren Lebensdauer und dem geringeren Treibstoffverbrauch bezahlt. Um die Abgaswerte eines Dieselmotors zu optimieren, ist großes Wissen um die Motorensteuerung notwendig. Hier haben die deutschen Motorenbauer seit Jahren einen Vorsprung gegenüber den amerikanischen, die ohnehin nicht auf die Dieseltechnologie setzen. Vielmehr wurden die Abgasnormen für Dieselmotoren so hochgeschraubt, dass der Verdacht nahe liegt, dass sich die amerikanische Wirtschaft dadurch die ausländische Dieselkonkurrenz vom Hals halten wolle. Nun wollte der VW-Konzern dennoch zum großen Sprung in den USA ansetzen mit Dieselfahrzeugen mit der neuesten Abgas-Technologie. Anfang des Jahres hatte VW dies an der internationalen Detroit-Auto-Show bekannt gegeben. Mitte September ließ der oberste Konzernchef von VW anlässlich der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt die Katze aus dem Sack. Wir wollen weltweit die Nummer 1 werden. Die Reaktion auf dieses Outen ließ nicht lange auf sich warten. Bereits wenige Tage später stand auf den Titelseiten aller Zeitungen Skandal! VW trickste bei Abgasmessungen. Was genau war passiert? Um die ständig verschärften Anforderungen der amerikanischen Umweltbehörde EPA in Bezug auf Abgaswerte zu erreichen, wurde ein ausgeklügeltes Motormanagementsystem notwendig. Dieses überwacht und reguliert den Dieselmotor bei allen Betriebsbedingungen, so dass die geforderten günstigen Abgaswerte erreicht werden. Der Skandal ist nun, dass Software-Ingenieure von VW ein zusätzliches Programm eingebaut haben, das erkennt, ob das Fahrzeug sich auf einem Prüfstand befindet oder auf der Straße fährt. Wenn das Auto auf dem Prüfstand ist, werden die optimalen Bedingungen für niedrige Abgaswerte eingestellt. Demgegenüber werden auf der Straße die etwas sportlicheren Werte gewählt, was dann allerdings höhere Abgaswerte erzeugt. Die VW-Konzernspitze bemühte sich um Erklärungen. Doch fiel die VW-Aktie an einem Tag um über 20 Prozent. Trotz öffentlicher Entschuldigung musste der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Winterkorn kurz darauf zurücktreten. War das ganze Szenario reiner Zufall oder das Anzeichen eines beginnenden Wirtschaftskrieges der amerikanischen Automobilindustrie gegen die Deutsche? Ein Indiz dafür könnte sein, dass dieses trickreiche Abgasprogramm des VW-Konzerns schon seit mehreren Jahren eingesetzt wird und die amerikanischen Behörden bereits im Mai 2014 davon erfuhren. Hier stellt sich die Frage, warum haben die amerikanischen Behörden dann nicht schon im Jahr 2014 reagiert? Als weiteres Indiz spricht die Unverhältnismäßigkeit, mit der das Vergehen des VW-Konzerns geahndet wird. Denn die amerikanische Umweltbehörde droht mit einer Buße von bis zu 18 Milliarden Euro und das, obwohl von den weltweit betroffenen 2,1 Millionen VW-Wagen nur 13.000, das sind gerade mal 0,6 Prozent, in den USA verkehren. Einen ähnlichen Wirtschaftskrieg der amerikanischen Automobilindustrie gab es bereits im Jahr 2010, seinerzeit gegen den Toyota-Konzern. Was war damals der Auslöser? Dem Toyota-Konzern wurde zur Last gelegt, dass eine angeblich spontane Beschleunigung in einigen Toyota-Modellen zu Unfällen und sogar zu einem Verkehrstoten geführt hätte. Toyota musste aufgrund dieser Anschuldigung in einer der größten Rückrufaktionen der Automobilgeschichte 9 Millionen Fahrzeuge zurückholen und 1,1 Milliarden an Entschädigungen zahlen. Der oberste Chef von Toyota wurde sogar zu einer Stellungnahme vor den amerikanischen Kongress zitiert. Wie ging es weiter? Ein Jahr später bestätigte das US-Verkehrsministerium, dass die zur Last gelegten Unfälle nicht aufgrund eines elektronischen Fehlers in den Toyota-Fahrzeugen zurückzuführen seien, sondern auf menschlichem Versagen beruhen. Wörtlich steht im Untersuchungsbericht, mit großer Wahrscheinlichkeit haben die Fahrer selber aufs falsche Pedal getreten. Über diesen Sachverhalt haben sich die Leitmedien allerdings ausgeschwiegen, sodass die Rehabilitierung des Toyota-Konzerns bis zum heutigen Tag aussteht. Reiner Zufall oder gezielt gesteuert? Genau diese Frage ist auch im aktuellen VW-Skandal noch offen. Wir bleiben dran.